Die Next European Fighter Engine ist das Herzstück des neuen europäischen Kampfflugzeuges der sechsten Generation. MTU Aero Engines wird diesen fortschrittlichen Hochleistungsantrieb für das Kernelement im Future Combat Air System gemeinsam mit ihrem französischen Partner Safran Aircraft Engines und dem spanischen Partner ITP entwickeln. Das neue europäische Jet-Triebwerk liefert maximale Leistung unter extremen Bedingungen. Diese höchsten Anforderungen lassen sich durch ein neues Triebwerkskonzept mit einem variablen Kreisprozess realisieren. Er sorgt für erhöhte Missionsflexibilität, niedrigen Kraftstoffverbrauch und maximalen Schub. Die NEFE-Entwicklung erfordert außerdem den Einsatz von innovativen Werkzeugen, neuen Verfahren wie der additiven Fertigung und neuen Werkstoffen, die höhere Triebwerkstemperaturen zulassen. Durch den enormen Wissenszuwachs, der so entsteht, wird auch die Entwicklung von Triebwerken für zivile Flugzeuge profitieren. Ebenso bedeutend ist der Aufbau einer europäischen Lieferkette, zu dem die NEFE-Entwicklung beiträgt. Diese Lieferkette bezieht zum einen kleine und mittelständische Unternehmen sowie Forschungsinstitute mit ein. Zum anderen gewährleistet sie Unabhängigkeit und verlässlichen Zugang zu den notwendigen Fähigkeiten und Technologien und stärkt somit die europäische Souveränität. Die Entwicklung der Next European Fighter Engine bietet damit insgesamt weitreichende Chancen für den Wirtschafts- und Technologiestandort Europa und sichert somit für die kommenden Jahrzehnte hochwertige Arbeitsplätze.